Ja, hollo Leute, hier ist wieder euer Konrad mit einem Magic Deck Tag, heute über Muldrotha The Grave Tide, Muldrotha Die Gräberflut. Für 6 Mana, 3 davon beliebig, ein schwarzes, ein grünes und ein blaues, also eine sehr starke Farbkombination, bekommt ihr eine 6-6 Kreatur. Ist schon mal gut, kann also angreifen, kann also blocken, durchaus relevant, aber das Wichtigste ist, wie so oft natürlich, die Fähigkeit. Und die hat es in sich. Ihr könnt in jedem eurer Züge eine permanente Karte pro Typ aus dem Friedhof spielen. Ihr kennt das ja von Carador, jede Runde dürft ihr eine Kreatur spielen, aber hier könnt ihr eine Kreatur, ein Artefakt, eine Verzauberung, ein Land und einen Planeswalker optimalerweise in derselben Runde ausspielen, aus dem Friedhof. Deswegen bauen wir hier ein Deck mit der Muldrotha. Das versucht diese Fähigkeit optimal auszunutzen, aber das Wichtigste, was wir hier erstmal beachten müssen, ist, dass wir ja erstmal auf die 6 Mana kommen müssen. Deswegen fange ich diesmal nicht mit den Kombos an, wie bei Hana, sondern mit den Mana-Quellen. Das ist nämlich hier sehr wichtig, eine stabile und gute Mana-Basis zu haben. Am wichtigsten sind hier die Fetch-Länder. Ich habe jetzt hier alle 9 aufgestellt. Da habe ich ausgerechnet, hat man ungefähr 70% Chance, wenigstens ein Fetch-Länder zu ziehen in den ersten ungefähr 7 Zügen. Man kann auch ungefähr bis 7 oder 8 runtergehen. Ich habe zum Beispiel keinen Scalding-Torn und das kann man dann durch andere Länder ersetzen. Aber man sollte nicht viel weiter runtergehen mit den Fetch-Ländern, denn die Fetch-Länder geben einem nicht nur jede beliebige Farbe, sondern sie geben einem zusätzlich noch die Möglichkeit, stabil jede Runde ein Land zu legen, da man mit Muldrotha die Fetch-Länder aus dem Friedhof spielen kann. Und das ist hier enorm wichtig, damit die Mana-Basis im Verlauf des späteren Spiels glatt läuft. Und Muldrotha ist eine Karte, die sehr gut ist in sehr langsamen und sehr langen Spielen, da sie echt gut dabei ist, wenn einem was zerstört wird, das einfach alles wieder neu auszuspielen oder Sachen zu spielen, die etwas kaputt machen, wenn sie ins Spiel kommen oder die man opfern kann. Und dann kann man das alles wieder wiederholen. Ihr kennt das ja von Carador, nur hier kann man das auch mit anderen Permanent Tribes machen. Die drei Dual Lands haben wir hier natürlich auch im Optimalfall. Wenn die euch zu teuer sind und ihr keine Lust habt oder das nicht dürft zu Proxien, dann ersetzt sie durch andere Länder, zeige ich euch gleich. Dann nehmt ihr die Schocks. Im Idealfall nimmt man die Schocks und die Duels, aber nur die Schocks sind auch schon gut für die Fetch-Länder. Und die drei Regenbogenländer hier, den Command Tower, City of Brest und Mana Confluence mit 40 Leben fällt das ja nicht weiter ins Gewicht hier und da mal eins zu verlieren. Dann habe ich hier relativ viele Basic Lands. Ihr könnt da auch ein bisschen abspecken. Ich würde aber trotzdem auf drei Inseln gehen, da blau die Hauptfarbe ist, aber man könnte hier einen Forest und einen Sumpf vielleicht rausnehmen. Aber ich verliere nicht gern gegen Blood Moon und ähnliche Effekte. Und außerdem mag ich Basic Lands, die sind ja auch gegen Wasteland Immun und solche Sachen. Und zusätzlich spiele ich hier noch das Urborg. Müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich finde das immer sehr praktisch, damit man dann seine ganzen Länder auch für schwarzes Mana benutzen kann. Und dafür hat man sich wenigstens um eine Farbe schon mal nicht mehr zu kümmern. Ja, Cavern of Souls ist extrem praktisch in dem Deck, denn wenn man es einmal geschafft hat, mit diesen ganzen Mana Quellen, die wir hier spielen, nur um Mulderotha schnell rauszukriegen, wenn die dann einmal da ist und die wird gecountert, ist das natürlich extrem schlecht für uns. Das wirft uns also sehr, sehr weit zurück. Daher hier die Cavern of Souls. Der Command Beacon hat eine ähnliche Funktion. Es hat eine sehr gute Synergie mit dem Commander. Ihr könnt nämlich den Command Beacon opfern, um die Mulderotha wieder in die Kommandozone zu packen. Dadurch entfällt die Command Tags in die Hand zu packen. Und dann könnt ihr den Command Beacon aus dem Friedhof durch Mulderotha wieder neu ausspielen. Bezahlt also immer konstant die 6 Mana und nicht 8, 10, 12 und so weiter. Das Cephaliden-Koliseum. Auch sehr praktisch, um Sachen in den Friedhof zu werfen. Dadurch, dass wir sehr viel mit dem Friedhof arbeiten, ist das also ein Vorteil für uns. Das heißt, diese Fähigkeit kann für uns jetzt hier auch Card Advantage sein. Strip Mine. Sehr praktisch, um nervige Länder des Gegners loszuwerden. Zum Beispiel den Gears Cradle, den wir hier selber spielen. Spielen ja viele Gegner auch. Und wir können das auch wiederholen. Das heißt, wir können Gegner dann auch mit der Mana-Basis gut unter Druck setzen. Ja, wenn ihr einige dieser Länder nicht habt, könnt ihr die ersetzen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich empfehle euch hier zum Beispiel die Checklands, Hinterland Harbor, Drowned, Katakomb und eventuell auch Woodland Cemetery. Der Morphic Pool ist letztens dazu gekommen. Wenn ihr nie 1 gegen 1 spielt, ist das auch eine sehr, sehr gute Option. Reflecting Pool kann man auch spielen. Solltet ihr einen Bazar auf Bagdad rumliegen haben, könnt ihr das natürlich auch probieren. Der muss aber absolut nicht sein. Ich spiele den hier nicht. Bojokabok ist immer eine gute Option, um mit relativ niedrigen Kosten gegnerische Friedhofstecks etwas auszubremsen. Scavenger Grounds ähnlich hat den Nachteil, dass es kein farbiges Mana gibt, aber den Vorteil, dass es auch im gegnerischen Zug eingesetzt werden kann. Der Phyrexian Tower ist sehr gut, wenn man Karten neu spielen möchte, um die Enter the Battlefield-Effekte zu bekommen. Und Woolrath Stronghold ist eine Option, um die Muldrotha oben auf die Bibliothek zu legen, wenn sie stirbt, damit man die Command-Tags nicht bezahlen muss. Weitere Möglichkeiten wären hier das Wasteland, wenn ihr noch mehr den Gegnern das Mana wegnehmen wollt. Und man kann hier auch diese Cycle-Länder spielen, um Karten zu ziehen. Ja, da Muldrotha, wie gesagt, sehr viel kostet, brauchen wir eine große Anzahl an guten Mana Rocks, beziehungsweise brauchen wir hier die besten, die wenig kosten und viel Mana geben. Wir spielen hier den Sol Ring, das Mana Crypt, das Mana Vault, Mox Diamond und Lion's Eye Diamond. Und alle sehr, sehr wichtig in dem Deck, aber das absolute Key-Piece in dem Deck ist das Lion's Eye Diamond. Wenn ihr das Deck ohne spielt und dann ein Lion's Eye Diamond reinparkt, werdet ihr merken, das ist ein ganz anderes Deck. Das macht so einen Riesenunterschied, dass es teilweise wie ein doppelter Black Lotus, also wenn ihr in Zug 3 den Lion's Eye Diamond spielt, Muldrotha spielt, eure Hand abwerft, Lion's Eye Diamond aus dem Friedhof wieder neu rausspielt mit Muldrothas Fähigkeit und dann zum Beispiel eine Rüstik-Study aus dem Friedhof spielt, dann habt ihr einen dermaßen Vorsprung gegenüber, wenn ihr kein Lion's Eye Diamond Deck hättet, dass sich das echt wirklich extrem auszahlt, diese Karte zu spielen. Und es gibt auch noch eine sehr wichtige Kombo in dem Deck, die mit dem Lion's Eye Diamond funktioniert. Ja, weiterhin zu den Mana Rocks kommen auch noch Mana Dorks. Wir haben hier Birds of Paradise, gibt uns alle drei Farben, Death Ripe Charmaine auch und er ist noch zusätzlich eine kleine Friedhofsinteraktion und kann sogar Leben geben. Dann haben wir hier den Blumentender, um farbiges Mana zu geben und die Priest of Titania, weil wir einiges an Elfen spielen. Und wir haben ja noch drei von den Elfen, die nur grünes Mana geben. Hier könnt ihr auch etwas weniger oder etwas mehr spielen. Es gibt ja zum Beispiel noch den Elvish Mystic dazu. Ja, und wir haben sogar Verzauberungen, die Mana geben. Wild Grove gibt immer ein Mana, kann man also gut am Anfang spielen. Carpet of Flowers kann wirklich extrem stark sein. Also es passiert mir ja sehr selten, dass ich nicht gegen mindestens ein blaues Deck spiele und selbst dann macht sich das schon bezahlt, selbst wenn derjenige nur eine Insel hat. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass Leute echt neun Mana durch Carpet of Flowers jede Runde bekommen haben. Der kann wirklich extrem gut sein. Und Exploration, um zusätzliche Länder zu spielen, müsst ihr nicht spielen. Finde ich aber sehr praktisch, da man ja oft dann Länder in der Hand hat, die sich immer weiter ansammeln, da man die Länder immer aus dem Friedhof spielt. Und dann kann man durch die Exploration ein Land aus der Hand spielen zusätzlich und eins aus dem Friedhof mit Muldrotha. Dann haben wir Cardroar. Wir versuchen also zuerst das Mana zu rampen und dann ein bisschen Cardroar zu etablieren in diesem Deck. Mystic Remora ist so eine Karte, die ich mittlerweile in jedes blaue Deck reinpacke. Rüstig Study fast genauso. Es gibt Decks, bei denen ich die nicht nehme, aber in den allermeisten ist Rüstig Study auch sehr, sehr gut. Sylvan Library und Dark Confident sind auch weitere gute Möglichkeiten, um Karten zu ziehen permanent. Also jede Runde. Beim Sylvan Library bezahlen wir zwar 4 Leben pro Karte, aber da wir mit 40 starten, haben wir hier einiges an einem Polster. Factor Fiction, um einmal Karten zu ziehen. Und es hat den netten Nebeneffekt, dass die nicht ausgewählten Karten in den Friedhof gehen, wo man die Permanent sehr weiter verwerten kann. Windfall, auch wieder eine sehr praktische Karte. Füllt auch wieder den Friedhof und zieht euch Karten. Und wir haben hier noch Netze Hall, Primal Tide, der mit 7 Mana durchaus erschwinglich ist in diesem Deck, da man ja doch sehr viele Manaquellen drin hat. Er kann nicht gecountert werden und er zieht einem weiter Karten. Ja, dann haben wir hier die Cantrips, um die Kartenqualität zu optimieren. Im frühen Spiel will man damit erstmal die Manabasis aufrechterhalten. Im Mittelspiel benutzt man die, um die gegnerischen Bedrohungen aufzuhalten. Man sucht sich also oft dann Sachen, um das zu stoppen, was der Gegner macht. Und im späten Spiel kann man damit dann versuchen, in bestimmte Kombos zu gehen, je nachdem, was man da gerade vorhat und was einem da noch fehlt. Dann haben wir hier einiges an Interaktion. Wie gesagt, wir sind ein langsames Deck. Wir müssen uns nach und nach aufbauen. Und deswegen müssen wir natürlich stoppen, was die Gegner so vorhaben. Und am besten ist in diesem Deck natürlich die Permanent-Based Interaction. Allerdings spielen wir trotzdem das Toxic Deluge, weil es einfach zu gut ist. Aber ansonsten haben wir ja versucht, größtenteils zumindest, was das Kreaturen-Removal angeht, auf Permanents zu setzen. Der Plague Rafter ist ja letztens erst rausgekommen. Und den in Guilds of Ravnica war das. Und der ist extrem praktisch. Es gab ja vorher schon ähnliche Kreaturen. Allerdings haben die nur Kreationen zerstört. Und der Play Crafter kann sogar Planeswalker zerstören. Und wenn ein Gegner weder eine Kreatur noch einen Planeswalker hat, muss er eine Karte abwerfen. Das ist eine extrem vielseitige Karte. Mit Mudrotha kann man die ja auch mehrmals spielen und damit den Gegner schon sehr gut in Schach halten. Weiterhin haben wir hier die Aether-Spruchtbombe. Kann auf zwei Arten und Weisen eingesetzt werden. Denn entweder wir ziehen jede Runde eine Karte mehr oder wir können irgendwelche großen Kreaturen wieder auf die Hand des Gegners bringen. Oder wir können sogar unsere eigenen Kreaturen auf die Hand bringen, um sie erneut auszuspielen. Das kann ja auch manchmal nützlich sein. Dann haben wir den Gilded Drake. Muss nicht unbedingt sein. Kann praktisch sein. Je nachdem gegen welche Decks ihr so spielt. Aber Gegner Kreaturen übernehmen ist immer gut. Genauso mit der Treachery, die ja auch Mana-neutral ist. Wie immer aufpassen bei Treachery, ob der Gegner darauf reagieren kann, um die Kreatur zu opfern zum Beispiel. Dann bekommt man den Entab-Effekt nicht. Und das Phantasmal Image zerstört zwar keine Kreaturen, sondern kopiert sie nur. Aber es hat auch den Sinn, in einer Kombo weiter zu funktionieren. Das erkläre ich euch dann später. Und wir haben ja noch das Elefantengras, um wenigstens nicht angegriffen zu werden. Die kumulative Versorgung stört uns relativ wenig, weil wir das ja einfach opfern können, wenn die kumulative Versorgung uns zu groß wird. Und wir können es dann dankendrohter aus dem Friedhof wieder neu spielen. Aber das ist auch wieder so eine abhängige Karte. Elefantengras müsst ihr nicht unbedingt spielen. Kann sich aber bezahlt machen. Zum Beispiel gegen Nagila. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier Verzauberungs- und Artefakt-Removal. Und zwar Caustic Caterpillar, Seal of Primordium und Nature's Claim. Und zwar ist das vor allem dafür da, gegnerische Friedhofs-Zerstörer- oder Entfernen-Karten kaputt zu machen. Zum Beispiel Rest in Peace ist extrem problematisch für unser Deck. Das stellt fast alles ab, was wir machen. Layline of the Void genauso. Und Grafdigger's Cage heizt uns auch ganz schön ein. Daher ist es hier sehr wichtig, dass wir Sachen haben, die Artefakte und Verzauberungen zerstören können. Und wir können Caustic Caterpillar und Seal of Primordium dank Modrota auch mehrmals einsetzen. Dann haben wir hier Counterspells. Ich habe jetzt den Siren Storm Tamer hier auch mit dazu genommen, weil ich hier in die Kategorie am besten passte. Das sind Sachen, mit denen wir auf dem Stack interagieren können. Entweder um unsere Sachen zu beschützen oder um die gegnerischen Kombos zu stoppen. Und da die Modrota ja sehr teuer ist, lohnt sich das auch sehr, die zu beschützen mit Counterspells. Und der Mana Drain hat sogar die sehr praktische Funktion, dass wir die Mana Beschleunigung davon sehr gut nutzen können, um selbst Modrota etwas früher auszuspielen. Sehr viele Counterspells haben wir aber auch nicht, denn wir versuchen ja eher auf Permanence zu setzen. Zum Beispiel die Pernicious Deed. Die ist schon sehr, sehr praktisch, gerade dadurch, dass Modrota so viel kostet. Das kommt uns in dem Moment zugute. Wir können also mehrmals alles, was weniger Mana kostet, als Modrota zerstören und jede Runde das wieder machen. Damit kann man gerade kleine Permanence wie Mana Dorks oder kleine Mana Artefakte sehr gut aufräumen. Cyclonic Rift ist auch eine Karte, die immer gut ist, gerade in Decks, die auf langes Spiel ausgelegt sind und darauf, dass man viel Mana hat. Abrupt Decay ist eine Karte, die ich einfach immer spielen würde in dieser Farbkombination. Die nihilistische Spruchbombe ist eines unserer wenigen Sachen, die wir gegen gegnerische Friedhöfe unternehmen können. Und sie hat den Vorteil, uns hier noch eine Karte zu ziehen. Im Gegensatz zur Äther-Spruchbombe sogar beides in dem gleichen Effekt. Ist also hier eine sehr nützliche Variante. Und der Todesried und Schamane hat ja auch noch die Möglichkeit, Karten aus den Friedhöfen der Gegner zu entfernen. Das ist nicht nur dafür da, uns zu rampen, sondern kann auch den Gegner aufhalten. Weiterhin haben wir Karten, die entweder Karten in den Friedhof millen, aus der Bibliothek oder aus unserer Hand in den Friedhof legen. Die Hedron Crab habe ich am Anfang etwas unterschätzt. Die ist aber sehr, sehr gut. Also ich bin echt erstaunt, wie viele Karten man im Verlauf des Spiels durch diese Hedron Crab in den Friedhof bekommt. Und keiner hat Lust, so eine kleine Krabbe kaputt zu machen. Keiner opfert seinen Swords-zu-Plosures wegen so einer kleinen Krabbe. Und es sammelt sich einfach immer und immer und immer weiter an. Sehr, sehr praktisch das Ding. Swordsgauer hat relativ geringe Kosten. Es ist ein Instant für ein blaues Mana. Das kann man immer mal so zwischenschieben. Und man bekommt zwei Karten in den Friedhof. Man kann zwar nicht kontrollieren, welche das sind, aber für ein blaues Mana lohnt sich das trotzdem. Und wenn man das mehrmals lupen kann, kann man eventuell damit sogar die Bibliotheken der Gegner in den Friedhof hauen. Ja, dann haben wir hier Carefold Study. Da können wir das sehr gut kontrollieren. Ist zwar eigentlich Card Disadvantage, aber da wir mit Muldrotha Permanents aus dem Friedhof spielen, kann es hier sogar Card Advantage werden. Frantic Surge ähnlich, ist sogar Mana neutral. Und der Windfall zieht uns und allen anderen sehr viele Karten und füllt den Friedhof gleichzeitig. Ja, dann haben wir hier so ein kleines Reanimator Package in dem Deck. Prime Evil Titan und Silver Primordial habe ich jetzt nur mit aufgenommen. Die sind ja momentan gebannt. Falls die aber irgendwann mal wieder entbannt werden sollen, sind das hier sehr gute Kandidaten für dieses Deck. Also schon mal vormerken, sollten die jemals wieder erlaubt sein, würde ich die auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Bis dahin benutzen wir hier den Netzerhalt. Den kann man also entweder oft sehr gut noch so casten, genauso wie die Shehold Rit, oder man belebt sie wieder. Der Kedirect Leviathan kann alle Sachen bouncen. Und der Razer Cat funktioniert als ein mehrfach verwendbarer Tutor. Die Kreaturen, die wir opfern, können wir auch immer wieder neu ausspielen. Er hat also hier sehr viele lützliche Funktionen für uns. Und Jin Gitaxias gewinnt schon fast das Spiel, wenn er ein paar Runden im Einsatz ist auf unserer Seite. Den werden wir schon eher weniger hardcasten können, sondern fast nur über Reanimator Sprüche. Und die haben wir hier. Wir haben hier das Reanimate als Hexerei, einfach weil es so effizient ist und nur ein schwarzes Mana kostet. Ansonsten haben wir hier auch noch Live Death. Das ist zwar nicht mehr ganz so gut, wir benutzen es aber, weil es mit dem Razer Cat sehr gut harmoniert. Und dann haben wir hier drei Verzauberungen, die Sachen aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Und jetzt habe ich hier auch noch Show & Tell mit dabei, um Sachen direkt aus der Hand ins Spiel zu bringen, falls die Friedhöfe mal nicht verfügbar sind. Das waren die Komponenten unseres Reanimator Packages. Da wir ja aus jeder Komponente eins zusammensuchen müssen. Wir brauchen ja eine Kreatur. Wir brauchen einen Spruch, der die Kreatur in den Friedhof wirft. Und einen Spruch, der die Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringt. Da haben wir hier einiges an Tutoren dabei, damit wir die jeweils fehlende Karte uns holen können. Demonic Tutor und Vampiric Tutor sind in schwarz eigentlich immer gut. Enttuben ist in dem Deck fast noch besser, denn wir können die Sachen instant in den Friedhof holen. Und wenn es eine Permanent ist, dann sofort wieder rausspielen. Intuition ist auch sehr, sehr stark in diesem Deck. Drei Karten zu tutoren auf einmal. Drei Karten suchen mit einem Spell als Instant. Da der Friedhof unsere zweite Hand ist, ist das hier wirklich der beste Tutorspruch des Decks. Mystical Tutor müsst ihr gar nicht unbedingt spielen, ist aber sehr, sehr vielseitig. Ihr könnt euch zum Beispiel mit dem Mystical Tutor einen Dämonic Tutor holen oder eine Intuition oder was auch immer gerade mal nötig ist. Der Trinket Mage kann sich Mana-Artefakte holen, aber auch zum Beispiel die nihilistische Spruchbombe, um gegnerische Friedhöfe zu exilieren. Oder aber auch das Lion's Eye Diamond, wenn man den gerade mal braucht. Oder die Äther Spruchbombe, wenn es irgendeine große Kreaturort gibt, die man vom Gegner wieder auf die Hand bringen soll. Dann haben wir hier C.D.C., der kostet zwar 5 Mana, was relativ viel für einen Tutor ist, aber man kann ihn mehrfach ausnutzen. Und Razzaket ist hier auch noch besser beim Tutoren, da man mit mehreren Kreaturen gleich in einer Runde mehrere Sachen sich zusammensuchen kann. Ja, und dann haben wir noch weitere Karten, die wir jetzt in keiner dieser Kategorie zuordnen können, die aber generell praktisch sind. Und zwar die Eternal Witness erlaubt es uns auch Spells mehrmals zu casten, indem wir die einen Spell casten und mit Eternal Witness wieder auf die Hand nehmen. Und wir haben mehrere Möglichkeiten, die Eternal Witness wieder in den Friedhof zu legen. Und wir haben Live from the Loam, das uns erstens ermöglicht, konstant weiter Länder zu spielen, auch bevor wir Muldrotha haben. Und weiterhin haben wir hier durch das Dredge die Möglichkeit, mehrere Karten in den Friedhof zu legen. Ja, dann haben wir hier auch eine sehr praktische Kombo im Deck. Und zwar besteht die aus Muldrotha, dem Lion's Eye Diamond, einer dieser drei Verzauberungen, die Sachen aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Animate Dead, Dance of the Dead oder Necromancy und dem Phantasmal Image. Das Ganze funktioniert so, dass wir den Lion's Eye Diamond spielen. Wir werfen zwar unsere Hand ab, können aber ja Sachen aus dem Friedhof spielen. Wir benutzen das Animate Dead, um... Ne, Entschuldigung. Wir benutzen das Phantasmal Image, das können wir aus dem Friedhof spielen, um die Muldrotha zu kopieren. Muldrotha geht in den Friedhof. Wir nehmen den Lion's Eye Diamond und können ihn wieder casten, denn das Phantasmal Image ist jetzt quasi eine neue Instanz von Muldrotha. Und dadurch können wir die Fähigkeit neu benutzen. Dann nehmen wir den Lion's Eye Diamond, opfern den wieder, diesmal für schwarzes Mana, spielen Animated und beleben unsere Muldrotha. Muldrotha wieder, die darf man also nicht in die Kommandozone gehen lassen, sondern in den Friedhof. Und, das habe ich vergessen zu sagen, die geht in den Friedhof wegen der Legendenregel. Das Phantasmal Image wird dann zur Kopie von Muldrotha und dadurch ist dann zweimal Muldrotha da und eine geht dann wieder. Dadurch, dass mit Animate Dead Muldrotha wieder reinkommt, ist dann auch wieder eine Kopie da. Das heißt, Phantasmal Image geht wieder weg, das Lion's Eye Diamond kann wiederkommen und das wiederholt man immer und immer wieder, bis man unendlich Mana aller Farben hat. Und das funktioniert genauso mit Dance of the Dead und Necromancy. Necromancy kostet zwar drei Mana, aber in dem Schritt, in dem man Phantasmal Image spielt, generiert man trotzdem ein Mana. Dazu pro Zyklus. Ja, und nachdem man dieses unendliche Mana hat, braucht man natürlich noch irgendetwas, mit dem man dieses Mana ausgeben kann. Zum Beispiel mit der Eder-Spruchbombe und der nihilistischen Spruchbombe. Wir haben nämlich nicht nur unendliches Mana, sondern wir können auch unendlich oft Permanents aus dem Friedhof spielen. Mit der Spruchbombe, mit einer der beiden Spruchbomben können wir also unser Deck ziehen und dann machen, was wir wollen. Mit CDC funktioniert das ähnlich gut. Und wir können auch viele, viele andere Sachen machen. Also da kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Zum Beispiel könnte man einen Playcrafter spielen und mit Pernicious Deed könnte man alles kaputt machen. Man könnte den Playcrafter mehrmals spielen. Das heißt, alle Gegner müssen ihre Kreaturen opfern, alle Planeswalker und ihre komplette Hand wegwerfen. Und mit der Pernicious Deed kann man Kreaturen, die ins Spiel kommen, wieder zerstören, um sie dann wieder neu ausspielen und neue Enter the Battlefield Trigger bekommen zu können. Ja, ein Beispiel wäre hier der Kedirect Levitan, Pernicious Deed, Eternal Witness. Diese drei Karten erlauben es einem Spells unendlich oft zu casten. Zum Beispiel wieder Brainstorm, um die Bibliothek zu ziehen. Oder mit Swordscower könnte man einem Gegner die Bibliothek in den Friedhof hauen, solange man mindestens halb so viele Karten hat wie der Gegner. Ja, was kann man noch machen? Man kann natürlich auch einfach, sobald man seine Bibliothek gezogen hat und unendlich Mana hat, seine ganzen großen Kreaturen ausspielen. Und damit müsste man auch einen großen Vorteil haben und eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Weiterhin gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, in diese Kombo reinzukommen. Da die einfachste davon ist Muldrotha mit Intuition. Da braucht man kein zusätzliches Mana, keine zusätzliche Karte. Es ist also eine quasi ein Karten-Kombo. Muldrotha plus Intuition ermöglicht einem sofort diese Kombo. Man muss dann allerdings zusätzlich noch dieses Outlet finden. Man braucht also, man kann sich also mit der Intuition diese drei Karten holen. Lion's Eye Diamond, Anime Dead und Phantasmus Image. Und muss dann nur noch eine zusätzliche Karte holen, um das Deck zu ziehen. Wenn man eine dieser drei Karten schon zur Verfügung hat, holt man sich dann einfach diese vierte Karte noch mit dazu. Ja, was können wir noch machen? Wir haben ja auch eine Rasserkette voll Foul-Blooded und der ermöglicht es einem auch mit mehreren Möglichkeiten, direkt in diese Kombo zu gehen mit einer beliebigen Karte, mit einem beliebigen Kreator. Ich habe jetzt hier die Grizzly Beers genommen, um zu symbolisieren, dass es total egal ist, welche das ist. Und einem grünen Mana können wir uns nämlich live Death holen und live ausspielen. Und live macht ja alle unsere Länder zu 1-1-Kreaturen. Und die können wir dann wieder opfern, um weitere Karten zu zutouren. Das heißt, mit Rasserkette können wir uns jetzt also wieder hier wie gewohnt unsere Kombo holen. Lion's Eye Diamond, Anime Dead, Phantasmus Image und dann zum Beispiel CDC, um unsere ganze unbegrenzt viel zutouren zu können. Kostet allerdings zwei Leben jedes Mal. Man muss also aufpassen, dass man genug Leben hat. In dem Fall hier braucht man zehn Leben. Einmal für das Live und dann Lion's Eye Diamond, Anime Dead, Phantasmus Image und CDC. Man kann das aber auch mit Nummer acht Leben machen und ohne zusätzliches Mana, wenn man zwei Kreaturen hat, indem man sich den Lion's Eye Diamond holt und zuerst nur den Lion's Eye Diamond holt, den Lion's Eye Diamond opfert und dann die zweite Kreatur opfert und sich das Phantasmus Image holt. Das Phantasmus Image kann man dann wieder für Rasserkette opfern und dann tutort man sich das Animate Dead und dann kann man wie gewohnt weitermachen und verbraucht das in dem Fall nur acht Leben. Eine weitere Möglichkeit, in diese Kombo zu kommen, ist, wenn man Muldrotha und CDC im Spiel hat, dann kann man hier mit zwei Mana, eins davon schwarz, auch da reinkommen, indem man sich nämlich Animate Dead holt. Dann kann man mit Animate Dead CDC wiederbeleben und dann kann man sich mit der wiederbelebten CDC diese wieder exploiten, um den Lion's Eye Diamond zu holen und dann kann man das wieder ausspielen und das Phantasmus Image holen. Weitere Möglichkeiten gibt es, wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ein fantastisches Deck, das gefällt mir, aber es ist doch etwas zu stark für meine Freunde. Das Deck nervt einfach alle. Das Kombo zu schnell, das Kombo zu viel, was kann man dagegen machen? Kein Problem, nehmt den Lion's Eye Diamond raus, der schwächt das Deck um einiges ab. Dann kann man das Phantasmus Image eigentlich auch rausnehmen, da es dann relativ wenig Nutzen bringt. Und wenn ihr sagt, das reicht uns immer noch nicht, könnt ihr auch das ganze mehrfachgetutore etwas entschärfen, indem ihr den Rasserkette und die CDC rausnehmt. Und der Djinn Gitaxias ist ja auch nicht der angenehmste Zeitgenosse, genauso wie der Kederek Leviathan. Wenn man ständig alles bouncet, macht auch nicht so viel Spaß. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, könnt ihr auch das Mana-Wort und das Mana-Crypt rausnehmen. Wenn die Muldrotha erst in Runde 6 kommt, dann ist sie dann doch um einiges fairer, als wenn sie schon in Runde 3 oder 4 erscheint. Und wenn sie dann mal zerstört wird und dann erst in Runde 8 oder 9 wieder da ist, ist sie doch wesentlich besser kontrollierbar. Dann, was könnt ihr daran reinnehmen? Ich will euch da jetzt nicht eure kreative Freiheit wegnehmen. Das ist ja das Schöne am Casual Commander, dass man da einfach Sachen nimmt, die man gerne spielt. Eine Sache würde ich euch nur vorschlagen und zwar Kokusho. Denn wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keine Kombo drin, wird das Spiel halt noch länger dauern. Muldrotha ist ja so schon ein langsames Deck. Und dann kann es einem schon passieren, dass man hier und da immer mal einiges an Leben verliert. Selbst wenn man mit 40 anfängt in so einem 2-Stunden-Spiel, irgendwann ist das Leben halt doch alle. Deswegen braucht man einen Live-Link. Es gibt nicht so richtig viele Karten, die ich gefunden habe. Wenn ihr was kennt, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Aber ich habe jetzt nicht so richtig viele Karten gefunden, die Leben geben und irgendwie gut zu Muldrotha passen. Am ehesten dann eher noch Kokusho. Das kann man halt als Blocker nehmen. Dann bekommt man Leben und dann kann man es wieder neu ausspielen. Oder man opfert es mit zum Beispiel dem Playcrafter. Da gibt es also schon einige Optionen. Man könnte es, auch wenn man das Phantasmal-Image drin lässt, könnte man auch das Phantasmal-Image benutzen, um die Kokusho zu kopieren. Und dann immer abwechselnd Kokusho und Phantasmal-Image aus dem Friedhof spielen, um jedes Mal 15 Leben zu bekommen und 15 Schaden auf die Gegner zu verteilen. Ansonsten würde ich sagen, nehmt einfach, was ihr mögt, an Karten vorzugsweise natürlich Permanents. Wenn ihr sagt, ja, das ist mir noch nicht stark genug, ich will hier Turniere spielen, dann habe ich euch hier mal einen Link in die Beschreibung gestellt von jemand, der da mit Turniere spielt. Das ist ein etwas anderes Deck. Da sind noch einiges mehr an interaktiven Karten drin. Vor allem Karten, die, wenn sie einmal im Spiel sind, permanent den Gegner aufhalten. Zum Beispiel, die sagen, du darfst nur noch schwarzes Mana bekommen, du darfst nur noch eine Karte pro Zug ziehen, du darfst nur noch ein Spruch pro Runde spielen. Oder Zurs Wording sagt sogar, dass, wenn man das nicht will, können die Gegner überhaupt keine Karten mehr ziehen. Null Rot, die können keine Artefakte mehr benutzen und die Artefakte kosten auch noch mehr. Das wäre dann eher so ein kompetitives Deck. Und ja, was kann man gegen Muldrotha machen? Wie gesagt, Muldrotha ist doch ein relativ starkes Deck. Wer jetzt sagt, wir haben jetzt hier einen Muldrotha-Spieler und der geht uns auf die Nerven, was können wir hier dagegen tun? Da gibt es sehr, sehr gute Optionen gegen Friedhofs-Decks. Man sollte sowieso meiner Meinung nach eigentlich immer wenigstens ein oder zwei Anti-Friedhofs-Karten im Deck haben. Da Friedhöfe ja doch einiges bringen und da die Commander-Spiele schon relativ lange gehen, macht es einfach so viel aus. Die Decks, die die Friedhöfe benutzen können, haben meistens in diesen langen Spielen extrem starke Vorteile, immer mehr Value zu generieren. Ja, und dafür ist Rest in Peace die absolut beste Option, wenn ihr sagt, ich will überhaupt keine Friedhöfe mehr haben. Das lohnt sich absolut. In Decks, die selber nicht viel mit dem Friedhof machen. Das entfernt die Friedhöfe, wenn es reinkommt und die Friedhöfe bleiben weg. Die absolut beste Karte gegen Friedhofs-Decks. Layline of the Void ähnlich, auch wenn es nur, nein, betrifft ja auch alle Friedhöfe, aber man muss es erst mal ins Spiel bringen. Wenn man es nicht auf der Starthand hat, kostet es 4 und es entfernt nichts. Trotzdem eine gute Karte. Graf Digger's Cage ist vielleicht fast noch besser. Es kostet halt nur 1 und es hat den Vorteil, es gibt einige Decks, die zwar viele Friedhof-Synergien haben, die aber nicht von Graf Digger's Cage betroffen werden. Graf Digger's Cage ist also eine ganz spezielle Karte. Manche Sachen werden unterbunden, manche aber eher nicht. Deswegen kann sich in bestimmten Decks der Graf Digger's Cage auch sehr lohnen. Weiterhin Länder. Es gibt ja diese Situation, man hat die Muldrotha draußen, man hat Counterspellts auf der Hand, man hat einen riesen Friedhof, man denkt, ja, ich bin der König der Welt, ich gewinne alles. Und dann kommt der Gegner, spielt einfach mal so ein Land. Da kann man einfach nichts machen gegen ein Land. Deswegen Bojuga-Bock und Scavenger-Grounds hier sehr, sehr praktisch gegen blaue Decks, die Friedhöfe benutzen, weil man das dann einfach überhaupt nicht mehr aufhalten kann. Außer man hat Stifle, aber das lohnt sich in dem Deck nicht, das hat man da nicht. Bojuga-Bock hat den Vorteil, dass es schwarzes Mana gibt. Scavenger-Grounds hat den Vorteil, dass es sofort Mana gibt. Und dass es mit Instant-Speed, also auch im Gegnerzug, funktionieren kann. Wenn ihr aber sagt, okay, so sehr stört mich Muldrotha nicht, ich spiele nur selten mal dagegen. Ich möchte eine Karte, die was gegen Friedhöfe unternehmen kann. Sie muss nicht allzu krass sein, aber sie sollte ein bisschen helfen. Sie soll mir aber auch etwas nützen, wenn ich gerade nicht gegen ein Friedhofsdeck spiele. Dann ist hier der Todesrieten-Schumane der erste Wahl, wenn das in euer Farbschema passt. Der generiert Mana und kann nebenbei auch noch Friedhöfe aufhalten. Noxious Revival ist ähnlich. Ihr könnt es benutzen, um eure Sachen wieder zurückzuholen oder aber um einen Gegner aufzuhalten. Auch wenn das hier nur temporär ist mit dem Noxious Revival. Aber es ist eine gute, flexible Karte, die eigentlich immer gut ist. Weiterhin habt ihr hier die Nihil Spellbomb. Die ist zum Beispiel gut, wenn ihr mit der Paradox-Engine spielt und sagt, okay, ich möchte jetzt hier Karten ziehen und gleichzeitig Artefakte spielen, die wenig kosten. Damit generiere ich Mana und ziehe Karten. In dem Fall ist es hier eine gute Wahl, diese nihilistische Spruchbombe. Und das Tormus Crypt ist eine gute Wahl, zum Beispiel für die neue Geura, bei der man Null-Mana-Artefakte spielen möchte. Gut, was kann man noch gegen das Deck machen? Das Deck ist sehr auf den Lion's Eye Diamond zentriert. Wenn ihr den also zum Beispiel mit Bitter Ordeal entfernt, kann man nicht mehr mit der Kombo gewinnen. Dank Gravestorm kann man das auch nur sehr, sehr schwer counteren. Und eine weitere Option ist zum Beispiel der Praetor's Grasp. Der kann zwar gecountert werden, hat aber den Vorteil, dass er auch andere Sachen holen kann und dass man die Karte dann selber spielen kann. Ja, ein weiterer Angriffspunkt des Modrota-Decks ist das Phantasmal Image. Das Phantasmal Image stirbt ja, wenn es von irgendetwas angezählt wird. Selbst wenn es von einem Twiddle getappt oder enttappt wird, selbst dann stirbt es. Und das ist wirklich auch so eine Achillesferse dieses Decks. Wenn ihr mitten in irgendeiner langen Kombo seid, ihr habt gerade mit Razzercat vier Länder geopfert und ihr habt eure Hand abgeworfen mit dem Lion's Eye Diamond und ihr habt die Muldrota im Friedhof und dann habt ihr auch noch zehn Leben bezahlt für den Razzercat und dann kommt jemand und twiddelt das Phantasmal Image, dann habt ihr echt alles verloren. Ihr kommt an eure Muldrota nicht mehr ran, weil die nicht mehr in der Kommandozone ist, sondern im Friedhof, eure Hand ist weg, euer Board ist weg, alles ist weg. Also das ist echt ein Problem dieses Decks, dass man da echt aufpassen muss, wenn man in diese Kombo geht, dass man da nicht unterbrochen wird. Selbst wenn man das countert, den Twiddle, es wird ja trotzdem angezählt, es stirbt trotzdem. Eben daher, das ist eine sehr wichtige Schwachstelle, die ihr unbedingt kennen müsst, wenn ihr gegen Muldrota spielt. Und was weiterhin gut ist, wenn der Gegner den Lion's Eye Diamond benutzt, einfach mal counteren, was dann als nächstes kommt. Dann hat er auch seine Hand abgeworfen. Zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, wenn man in Runde 3 mit dem Lion's Eye Diamond die Muldrota spielt und die wird einem aber gecountert, dann hat man auch keine Hand mehr. Man hat die Muldrota, kostet 8, auch sehr großer Vorteil. Und ja, generell, Counter Spells auf Muldrota oder Removal ist halt sehr, sehr praktisch, da die Muldrota so viel kostet. Ja, das war es für das Video. Schreibt mir in die Comments, ob es euch gefallen hat, was ihr anders machen wollt, was ihr gut fandet. Bis zum nächsten Mal. Euer Konrad.